Wir wollen jetzt einige Anstöße oder Stolpersteine der Evolution anschauen. Nochmal die Frage, Stolpersteine der Evolution, ist der evolutive Gedanke nicht intellektueller Selbstmord? Also vor kurzer Zeit, hier aus der Zeitschrift, da hieß es Fossilfund in Australien. Dieser Wurm könnte unser Ur-Ur-Ur-Ur-Uran sein. Ist ja fantastisch, wenn wir diesen photogenen Wurm anschauen. Das ist also unser Vorfahre. Mann, wie tief fällt eigentlich der Mensch noch? Das ist ja absolut lächerlich. So richtig hübsch sieht er nicht aus, aber wir haben viel mit ihm gemeinsam. Forscher haben den ältesten Organismus entdeckt, der aus zwei symmetrischen Hälften besteht und einen Darm besitzt. Ja, und dieser Wurm soll also 555 Millionen Jahre alt sein. Also nicht 554 Millionen Jahre, auch keine 556 Millionen Jahre. Also wir merken hier schon, hier geht es gar nicht um echte Millionen Jahre. Das sind einfach Dinge, die in diese Evolutionsspirale hineingeschoben werden. Das ist ein ganzes Schema, das aufgebaut wurde, das zusammenfantasiert wurde, um eben Gott zu leugnen. Damit Gott nicht mehr gebraucht wird. Also wir sehen hier diesen Urwurm aus dieser Spirale herausschauen. 555 Millionen Jahre, also vor dem Menschen und eben dreieinhalb Milliarden Jahre nach der sogenannten, nach diesem Urknall. Ja, und wir merken hier, der Mensch kommt ja erst ganz zum Schluss. Er steht ja hier ganz am Ende dieser Spirale. Interessant ist, dass die Bibel folgende sagt, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Römer 1,20, ganz wichtige Verse, ganz aktuelle Verse, in dieser Auseinandersetzung mit der atheistischen Wissenschaft, nur mit den atheistischen Aspekten der Wissenschaft. Weil mit den anderen Dingen der Wissenschaft haben wir kein Problem, überhaupt gar nicht. Ich denke, das ist sogar von Gott gegeben, die ganze Forschung und die Intelligenz. Ja, und wir merken ja hier, nach der Evolutionsspirale kam ja der Mensch fast erst nach vier Milliarden Jahren. Und die Bibel sagt, von Anfang der Erschöpfung der Welt konnte man das alles durch Nachdenken wahrnehmen. Es gab also von Anfang an Augen, menschliche Augen, menschliches Gehirn, dass ich darüber Gedanken machen konnte. Denn der Mensch wurde ja am sechsten Tag der Schöpfungswoche geschaffen. Ganz am Anfang, in diesem Berechit, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Hier diese sechs Tage und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es war wunderbar. Und vieles von dem können wir heute noch sehen. Es ist also gut, wenn wir da richtig drüber nachdenken, biblisch denken und unsere Logik schärfen. Und nicht umsonst sagt die Bibel, dass der Zorn Gottes ausgegossen wird, weil die Menschen Gott nicht ehren und ihm nicht Dank bringen. Gerade die, die es eigentlich besser wissen müssten. Die tief forschen. Die wissenschaften. Denn es wird Gottes Zorn offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Unrecht niederdrücken. Und dann fährt Römer 1 fort, Römer 1, 19 bis 20, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, sind ganz klar seit der Schöpfung der Welt durch Betrachtung seiner Werke erkennbar. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Also nochmal. Es ist ganz klar erkennbar seit der Schöpfung der Welt, dass Gott alles erschaffen hat. Römer 1 geht weiter. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts. Und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Wir sehen das in den atheistischen Aspekten der Wissenschaft. Es ist wirklich intellektueller Selbstmord. Intellektueller Selbstmord. Und dieses Wort, dass sie ins Nichts verfallen sind, das heißt in Englisch auch foolish, lächerlich. Man ist hereingefallen. Man lässt sich täuschen. Man betrügt sich. Da steckt auch das Wort ein bisschen drin mit wicked, also böse und auch götzendienerisch. Darum geht es. Götzendienst. Wenn man anstatt Gott andere Dinge anbetet. Auch in dieser sogenannten Pseudowissenschaft, im sogenannten Darwinismus. Ja, wie gesagt, unser erstes Beispiel. Der sogenannte Magenbrüderfrosch. Links in dem grünen Kästchen der lateinische Namen. Und wir wollen schauen, was dieser Frosch macht. Magenbrüderfrosch. Das lässt schon auf etwas Interessantes schließen. Dieser Magenbrüderfrosch frisst seine Eier auf. 30 bis 35 Eier. Und dann verfällt er in ein absolutes Fasten. Für sechs Wochen wird gefastet. Und diese Eier, die sind vorprogrammiert. Das ist ganz wichtig. Vorprogrammiert. Für was? Erstens sind es sehr große Eier. Denn diese Froschentwicklung, die geschieht jetzt im Magen des Muttertieres. Im Magen. Die müssen nichts mehr fressen. Das Ei hat genug Energie. Da ist alles drin, was die Kaulguabe braucht, bis sie sich zum ganzen Fröschchen entwickelt hat. Und diese Eier sondern Chemikalien ab. Also ich sage das ganz einfach. Ganz einfach. Sondern Chemikalien ab, um die Magensäure zu neutralisieren. Schon von Anfang an. Die Eier sondern das ab. Und diese Magenflüssigkeit, die ja ganz scharf ist und alles verdaut, kann dann diese Eier nicht verdauen. Und die Kaulguaben machen genau das gleiche. Sie sondern Substanzen ab, um die Magensäuren zu neutralisieren. Das ist ganz wichtig. Vorprogrammiert. Schon geplant. Denn sonst wäre das einfach ein Kannibalismus. Kannibalismus kennen wir aus dem Tierreich. Manchmal werden die Jungen aufgefressen und dann ist es eben vorbei mit den Jungen. Und wenn das dauernd gemacht wird, gibt es eben keine Nachkommen und die Art wird aussterben. Und zum Schluss, also nach diesen Wochen der Entwicklung, gibt es dann eine sogenannte Ausdehnung der Speiseröhre. Eine Dilatation der Speiseröhre. Das ist ja jetzt der Geburtskanal. Und dann kommen 30 bis 35 Fröschchen aus dem Magen, aus dem Bauch des Muttertieres. Ist zwar nicht gerade so appetitlich, je nachdem. Also ich finde es fantastisch, wunderbar, wie dann die Fröschchen rauskommen. Und das ist schon was Gewaltiges. Diese ganze Entwicklung, die hier auf den Magen dieses Frosches verlagert wurde. Dieser Magenbrüder Frosch. Und wir wissen ja, dass Frösche die verschiedensten Verhaltens, das verschiedenste Verhalten an den Tag legen. Hier transportiert ein Frosch sogar seine Kaugwaben auf dem Rücken. Es gibt eine indische Wabenkröte, wo die Jungen sogar auf dem Rücken wachsen, wie in Waben. Waben, ja das sehen wir hier, wie in Waben, ganz interessant. Aber wir sehen bei unserem Magenbrüder Frosch, da müssen mindestens fünf Dinge zusammenkommen. Fünf Dinge. Und die müssen gemeinsam funktionieren. Wenn eines nicht funktioniert, klappt das Ganze nicht. Das kann sich nicht schrittweise entwickelt haben. Eier fressen, sechs Wochen fasten. Man muss die Magensäfte neutralisieren, sowohl die Eier wie auch die Kaugwaben. Es sind große Eier, schon geplant, dass die Kaugwaben nichts fressen müssen während ihrer ganzen Entwicklung. Und die Dilatation der Speiseröhre, ganz wichtig, ohne diese Erweiterung der Speiseröhre, könnten die Fröschchen nicht ins Freie gelangen. Das geht einfach nicht. Und jetzt müssen wir natürlich unseren, es ist nicht der Vater der Evolutionstheorie, ich nenne es übrigens Evolutionstheologie, denn es geht ja ganz klar gegen Gott. Er war ja nicht der Erste, aber er hat es halt ziemlich modernisiert und aktualisiert. Es ist ja eigentlich pures Heidentum, wenn man denkt, dass alles so von alleine entstanden ist. Das sind alte Gedanken, die gab es schon früher. Ja, was sagt unser Charles Darwin hier? Ließe sich das Vorhandensein eines zusammengesetzten Organs nachweisen, dass nicht durch zahlreiche aufeinanderfolgende geringe Veränderungen entstehen konnte. So müsste meine Theorie unbedingt zusammenbrechen. Ja, wir haben hier den Magenbrüderfrosch. Ich meine, da muss man schon gewaltig verbiegen und rücken und machen, dass man das noch irgendwie mit Evolution erklären möchte. Gott wird ganz klar durch das Erschaffene erkannt, auch durch diesen wunderbaren Magenbrüderfrosch. Wir sehen hier eine Statue, eine Büste von Charles Darwin, die immer noch krampfhaft von den Wissenschaftlern, atheistischen Wissenschaftlern hochgehalten wird. Sie hat schon viele Risse, diese Büste. Und ich habe da noch diesen Magenbrüderfrosch oben auf die Stirn von Charles Darwin gesetzt, um zu zeigen, dass dieser ziemlich riskante Satz allein durch den Magenbrüderfrosch also zusammengebrochen ist, diese Theorie. Aber wir werden noch viele andere Beispiele zitieren. Übrigens, ich bin so ziemlich überzeugt, dass Charles Darwin heute, er war ein sehr intelligenter Mann, zum Teil ein genialer Mann mit einer wunderbaren Beobachtungsgabe, ich muss stark annehmen, dass Charles Darwin heute kein Atheist mehr wäre. Er müsste nämlich seine ganze Lehre revidieren und wir werden es auch noch zeigen, warum. Ja, das große Problem ist ja auch mit diesen so langsam entstehenden Organen, wie sich mit Hilfe kleiner Mutationen und Selektion entwickeln. Denn es geht ja über verschiedene Stadien der Entwicklung. Halbe Organe können nicht überleben. Das ist ein großes Problem. Ein halbes Auge ist zu nichts nütze. Ein halber Flügel, wir sehen ja hier die Metamorphose bei diesem Schmetterling. Und ich habe da so einen runden Kreis rum gemacht. Vielleicht haben Sie das schon mal beobachtet. Wenn der Schmetterling aus der Puppe sich hinaus zwängt, dann sind ja seine Flügel noch ganz gefaltet. Und dann werden die so langsam aufgepumpt. Wenn das nicht alles zusammen funktioniert hätte und der Schmetterling würde jetzt mit diesen verrunzelten Flügeln anfangen zu krabbeln, das nächste Tier würde ihn auffressen. Verstehen Sie? Das ist das Problem der halbfertigen Organe. Auch sehr viel Zeit hilft uns da nicht weiter. Halbfertige Organe können nicht überleben. Ganz wichtig. Deswegen heißt es auch in der Bibel, dass Gott alle Tiere nach ihrer Art fix und fertig geschaffen hat. Auch unseren Magenbrüder Frosch. Ja, was können wir daraus lernen? Trotz feindlicher Umgebung, Dunkelheit und Enge. So ein Magen, ja. Wir können fast nicht verstehen, wie können da 30, 35 Fröschchen nachher rauskommen. Und zwar eine ganz normale Entwicklung. Und das Gegenmittel, das ist ja das, dass die Magensäure neutralisiert wird. Und das heißt ja auch für uns Christen, wir leben auch in einer feindlichen Umgebung, gerade was Evolution angeht. Dunkelheit dieser Welt, verfinsterter Verstand. Und enge, viele Christen werden sogar verfolgt. Und trotzdem dürfen wir eine normale Entwicklung nehmen. Denn wir haben ein gewaltiges Gegenmittel, der alles neutralisiert. Das ist für uns das Gebet, das Vertrauen und das Kreuz Jesu, der für uns gestorben ist. Und der uns eben auch diese mächtigen Waffen gibt. Denn es heißt ja, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Und auch um diese nur atheistischen Aspekte der Wissenschaft zu bekämpfen. Ja, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, 14. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, 28. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg. Wunderbar. Und wir müssen uns fragen, auch in Bezug auf den Magenbrüderfrosch, wie ist das möglich? Entdecken wir Zeichen von Intelligenz und Planen? Ja, jetzt wollen wir uns mal einige gewaltige Sprüche anhören. Das war noch ein Optimismus, 1960, bevor man das DNA oder das DNS entdeckt hat. Der Darwinismus verbannte die ganze Idee, dass Gott der Schöpfer der Organismen sei. Aus dem Bereich der vernünftigen Diskussion. Hier werden also die Christen als Idioten bezeichnet, als stupid, als wissenschaftsfeindlich, die nicht vernünftig diskutieren. Denn der hier, dieser Mann, dieser Ed Rondam, der sagt, das ist also alles schon passé. Wir müssen nicht mehr darüber diskutieren. Darwin zeigte auf, dass kein übernatürlicher Planer nötig war. Da die natürliche Auslese jede bekannte Lebensform zu erklären vermochte, schön wär's, gab es keinen Platz für eine übernatürliche Macht in deren Entwicklung. Wir merken hier ganz genau, was da dahinter steckt, das ist der Kampf, der apokalyptische Kampf gegen den Schöpfer. Ja, in der Geschichte menschlichen Wissensfortschrittes hat sich noch nie die von einem einzigen Mann aufgestellte Lehre unter dem Kreuzfeuer von tausenden Unabhängiger und von den verschiedenen Richtungen her angestellten Proben so restlos als wahr erwiesen wie die Abstammungslehre Charles Darwin. Also wir merken hier, das ist die Anbetung von Charles Darwin. Anstelle von Gott wird hier Charles Darwin in den Mittelpunkt gestellt. Das ist eine Ersatzreligion. Darum geht's nämlich. Und mit missionarischem Eifer wird es verteidigt. Und wird jeder als Ketzer diskriminiert, der irgendwas in Frage stellt. Mehr als je gilt von ihr heute, was Otto zur Straßen vor mehr als 40 Jahren in seiner Einführung zum Neuen Bremen über sie schrieb. Alles uns jetzt Bekannte fügt sich ihr zwangslos ein. Nichts spricht gegen sie. Nämlich gegen die Abstammungslehre. Ja, da geht es hier um die, über die Wahrheit der Abstammungslehre von H. von Dietfurt. Gut, interessant. Jetzt noch kurz Zitate der anderen Seite. Ist auch wichtig. Die Tatsache, dass eine derart vage, ungenügend beweisbare und so weit von den in der strengen Wissenschaft üblicherweise angewandten Kriterien entfernte Theorie zu einem anerkannten Dogma werden konnte, lässt sich meiner Meinung nach nur auf soziologischer Grundlage erklären. Was heißt das? Dass viele Menschen, viele Wissenschaftler an Evolution glauben wollen, weil es keine andere Alternative gibt als die Schöpfung. Darum geht es. Das ist die Erklärung. Da stecken andere Gründe und Energien dahinter. Dass es manchen Biologen richtig erscheint, zu behaupten, wir wüssten gerade über ein so ungeheures Phänomen wie die Entstehung der Organismen im Wesentlichen Bescheid, das mahnt uns daran, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, dass diese Überzeugung sich aus Gründen und Kräften nähert, die nicht dem Bereich der Naturwissenschaften angehören. Sehr interessant. Da steckt also was anderes dahinter. Da geht es um den Kampf gegen Gott. Das ist Gottlosigkeit. Nach derzeitigem Wissensstand kann das harmonische Zusammenspiel getrennter Organe nicht bloß als Summierung einfacher, experimentell erzeugbarer Mutationsschritte angesehen werden, sondern muss grundsätzlich anderer Natur sein. Das letzte der vier Zitate. Ich bin überzeugt, dass mit Mutationen, wie wir sie jetzt kennen, und Selektion allein nicht entfernt, die Vorgänge in der lebenden Natur erklärt werden können. Sie sind einfach zu kompliziert und verwickelt, als das denkbar wäre. Immerhin ein Satz von einem Nobelpreisträger-Kau von Frisch. Ja, ich habe schon gesagt, Charles Darwin war ja bei weitem nicht der Erste, der irgendwie von Evolution geredet hat. Wir lesen schon in Jeremia 2,27 immerhin 2500 Jahre vor Charles Darwin, die zum Holz sagen, du bist mein Vater und zum Stein, du hast mich gezeugt. Denn sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Also sie sagen zur toten Materie, vertrocknetes Holz und zum Stein aus dem Reich der Mineralien. Tote Materie. Du bist mein Vater, du hast mich gezeugt. Natürlich ging es damals um Götzenfiguren, aber es ist doch genau das gleiche heute, wenn man sagt, dass vielleicht in dieser Ursuppe durch einen Blitzeinschlag die ersten primitiven Formen oder Teile des Lebens entstanden sind. Genau das gleiche. Was heißt das? Sie kehren Gott den Rücken zu und nicht das Angesicht. Unpersönliche Kräfte, viele Zufälle, viele kleine Mutationen, viel Zeit, ohne Planung und ohne Intelligenz. Und wir haben uns gewaltig in eine Sackgasse manövriert. Wenn man sagt, ohne Planung, das ist schon lustig bei allem, was wir heute beobachten. Wie gesagt, ich habe das schon erwähnt, halbe Organe können nicht überleben. Ja, aber dann sagt man eben, und das ist die Arroganz. Und das zeigt eben, dass es um Glauben geht. Auch bei den Darwinisten, auch bei den Wissenschaftlern. Es gibt eben Prozesse, die wir heute noch nicht verstehen. Aber in Millionen oder Milliarden Jahren ist praktisch alles möglich. Die Selbstorganisation und Höherentwicklung der Natur, natürlich ohne Gott, ist unleugtbar. Also man sagt einfach, ja, 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 manches kann man vielleicht heute nicht erklären. Vielleicht kommt dann morgen die Erklärung. Und wir merken, sie lassen einfach nicht los. Es gibt sogar Wissenschaftler, die genau das sagen oder denken. Wir wissen, dass das Leben nicht zufällig entstehen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist bei Null. Da es aber keinen Gott gibt oder höhere Intelligenz gibt, also da es aber keinen Gott oder höhere Intelligenz gibt, muss es irgendwie entstanden sein. Das ist ja eine super Logik. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt also, das Leben könnte eigentlich nicht zufällig entstehen. Das sieht man heute, weil man sehr tief in die Natur hineinschaut, sogar in die Zellkerne. Man hat da interessante Sachen entdeckt. Wir werden da noch drauf zurückkommen. Und dann sagen die sich, ja, aber weil es ja Gott nicht gibt, muss das Leben doch irgendwie entstanden sein. Das ist ja super, aber eben das ist nicht Wissenschaft. Das ist Glaube. Und die Alternativen, da sieht es nicht besonders vielfältig aus. Da geht es eben nur um den gefallenen Adam oder entwickelter Affe. Ist jetzt natürlich ziemlich populär ausgedrückt. Es geht ja nicht direkt um den Affen, aber um einen gemeinsamen Vorfahren. Dass alles zufällig und ohne Gott entstanden ist. Und da müssen wir jetzt irgendwo unser Kreuzchen hin machen. Und wir haben nur diese zwei Möglichkeiten. Und wenn ich in die Welt schaue und betrachte den Menschen, was der Mensch alles macht, vor allem das Böse, dann muss ich sagen, der Mensch zeigt viel mehr Charakteristikas eines gefallenen Adams als eines entwickelten Affen. Das ist also klar. Das müsste eigentlich jeder sehen. Sogar sagt die Bibel, dass am Ende der Zeit Spötter kommen werden. Spötter. Und das haben wir heute. Indem wir zuerst dieses wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und sagen, es wird alles so wie vom Anfang der Schöpfung an bleiben. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von Alters her Himmel waren und eine Erde entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, durch die die damalige Welt vom Wasser überschwemmt, unterging. Hier spricht die Bibel von der Sintflut, die sehr viel erklärt, was wir heute in der Welt sehen. Auch Fossilien und Sedimentschichten und viele wichtige Dinge. Und wir merken, wie dieser Kampf gegen Gott eben vor allem seit den letzten 150 Jahren gewaltig zugenommen hat. Auch viele Philosophen, Autoren, Reporter haben gewaltig gegen Gott losgeschlagen. Sam Harris, das Ende des Glaubens. Daniel Dennett, den Bann brechen. Nämlich den Bann, dass man an Gott glaubt. Richard Dawkins, eigentlich der bekannteste, der Gotteswahn, der eigentlich gesagt hat, alle sind bescheuert, die irgendwie an Gott glauben. Es war ziemlich arrogant von ihm. Das hat sogar vielen atheistischen Wissenschaftlern nicht gefallen, dass er so an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und Christopher Hitchens, der Herr ist kein Hirte. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Also wenn da einer das so sagt, der Herr ist kein Hirte. Das ist schon absolut gotteslästerlich. Es gibt im YouTube ein Interview zwischen diesem Ben Stein, Ben Stein, ein Jude, hier mit diesem Megafon rechts. Und er hat den Richard Dawkins, hat er interviewt. Und da wird auch gezeigt, wie Wissenschaftler, die irgendwie an Schöpfung glauben, diskriminiert werden. Sogar oft entlassen werden in unserer heutigen Zeit. Obwohl sie sonst absolute Kapazitäten sind. Aber wer da irgendwie Evolution antastet und Zweifel hat, der darf dann eben nicht mehr unterrichten oder forschen. Keine Intelligenz ist erlaubt. No intelligence allowed. Und es ist interessant, dass in diesem Interview vor diesem Ben Stein, vor diesem Juden, dieser Richard Dawkins sprichwörtlich vertrocknet. Vertrocknet. Er macht sich lächerlich in seinen Aussagen, in seinen Erklärungen in Betreffs der Entstehung des Lebens, der Entwicklung des Lebens, ist interessant, wie er vor Ben Stein den Bankrott erklärt. Es lohnt sich, das anzuschauen. Ja, hier zum Beispiel ein Bild vom Zweiten Weltkrieg, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da steht auf diesem Plakat, ich habe es ein bisschen reduziert, damit man es besser lesen kann, da geht es ja um den 2. Oktober 1941. Der Russe muss sterben, damit wir leben. Die stramme 6. Kompanie. Im Ganzen sind ja 27 Millionen russische Menschen bei diesem Krieg gestorben. 27 Millionen Kriegsopfer in Russland. Davon waren 13 Millionen Soldaten und 14 Millionen Zivilbevölkerung. 14 Millionen, wo ganze Dörfer niedergemäht wurden, um Lebensraum für die Arier zu schaffen. Schreckliche Verbrechen sind da geschehen. Ja, und das ist eben Evolutionstheorie auf dem sozialen Gebiet, was viele nicht hören wollen. Nämlich der stärkere besiegte den Schwächeren. Obwohl sich hier natürlich dann auch Nazi-Deutschland gewaltig getäuscht hat. Denn es kam gar nicht gut. Aber wir dürfen auch in die Welt des Kommunismus schauen, der ja auch von vielen, auch von der Linken, angebetet wird. Diese Leute wie Marx, Lenin, Stalin, Mao. Man nimmt an, dass von 1900 bis 1999 weltweit 148 Millionen Menschen für den Kommunismus geopfert wurden. Das ist auch wichtig. Also Erster Weltkrieg waren es ja 15 Millionen Opfer. Zweiter Weltkrieg rund 55 Millionen Opfer. Und der Kommunismus weltweit 148 Millionen. Auch das ist wichtig. Alles im Namen, um einen neuen Menschen zu erschaffen. Kommunismus ist ja eine messianische, politische Ideologie. Und das will ja der Mensch. Er will sich selber befreien durch politische Ideologien, durch rein menschliche Weisheit in den Philosophien, durch die atheistischen Aspekte der Wissenschaften, wo Gott geleugnet wird, und durch die verschiedensten Religionen. Für mich ist das Christentum keine Religion. Denn es geht ja um eine Person, die durch das Opfer und durch die Auferstehung sich da klar als Gott erwiesen hat. Und das ist ja alles ziemlich gut dokumentiert. Ganz im Gegensatz zu Religion. Die oft ja nur ein sehr schwaches Plagiat vom Juden- und Christentum sind. Ja natürlich. Und wenn man dann auch sagt, wo es irgendwie vielleicht Wasser hat und etwas Erdähnliches, da kann dann automatisch Leben entstehen. Das ist die Nebenwirkung der Evolutionstheorie. Dass es ja außerirdisches Leben geben kann. Und viele wollen das ja glauben. Denken wir an Erich von Däniken. Der hat ja im Ganzen 70 Millionen Bücher verkauft. Die Götter waren Astronauten. Der bringt ja auch Auslegungen über Hesekiel 1. Sagt, das war nicht Gottes Herrlichkeit, sondern das war ein Raumschiff, das da gelandet ist. Oder auch auf dem Sinai, wo Gott dann das Gesetz gegeben hat. Die Gesetztafen, wo er Mose begegnet ist. Da geht es dann um Außerirdische. Und wir wissen, dass Leben eben nicht von alleine entsteht. Leben kann nur von Leben kommen. Und das ist wichtig. Und übrigens sagt ja auch die Bibel, denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat, der Gott, der die Erde bereitet hat und hat sie gemacht und zugerichtet. Und er hat sie nicht gemacht, damit sie leer sein soll, sondern er hat sie bereitet, damit man darauf wohnen soll. Denn ich bin der Herr und sonst ist keiner mehr. Also wenn ein Christ irgendwie an außerirdisches Leben glaubt, dann will er daran glauben. Wie all die Leute, die diese 70 Millionen Bücher von Erich von Däniken gekauft haben. Da ist eine gewisse Bereitschaft da. Man will daran glauben. Aber ein bibeltreuer Christ hat kein Argument, um das irgendwie zu verteidigen. Und wenn es nochmal so viele Galaxien da oben gibt und Planeten und erdähnliche Planeten leben, kann nur durch Leben entstehen. Und zwar durch einen Schöpfer. Und das ist eben der große apokalyptische Kampf gegen den Schöpfer. Und wir müssen einfach sagen, auch als Christen, die wir diese mächtigen Waffen Gottes haben dürfen, durch die Informationen in der Bibel, durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, müssen wir einfach sagen, der evolutive Gedanke ist intellektueller Selbstmord. Das war jetzt unser erster Teil von dieser Serie Der apokalyptische Kampf gegen den Schöpfer. Und ich hoffe, dass uns das etwas weitergeholfen hat, uns etwas Munition gibt, was Argumente angeht und auch uns etwas ermutigt für unser persönliches Zeugnis und dass wir auch wirklich schon den ersten Bibeln, den ersten Seiten der Bibeln vertrauen, nämlich dem Schöpfungsbericht. Und wir sind heute eine bevorzugte Generation, denn wir haben heute Entdeckungen und Argumente, die andere Generationen so nicht gehabt haben.